Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Abenteuer-Brettspiele. Diesmal mit einem Rollenspiel und keinem Brettspiel, denn ich habe hier die Starterbox von Tales from the Loop. Das habe ich freundlicherweise von Ulysses als Rezensionsexemplar bekommen. Ja, das ist eine sehr faszinierende Welt, die so in den 80er Jahren Alternativwelt, wo in so einem schwedischen Gebiet eben solche Roboter entwickelt wurden und ganz mysteriöse Dinge vorgehen. Und ja, wir sind halt Kinder, die in dieser Welt unterwegs sind, die versuchen, diese Mysterien, diese Abenteuer zu lösen. Und das ist ein sehr spannendes Setting. Da gibt es auch ein Brettspiel, von dem ich demnächst mehr berichten werde. Es gibt ja eine Serie, zumindest eine erste Staffel davon, die über Amazon rausgekommen ist. Und ich finde das ein sehr spannendes Setting und habe mich da sehr gefreut, jetzt diese Starterbox mal zu bekommen und werdet mit euch zusammen in die Starterbox mal reinschauen. Dann machen wir die mal auf. Starterboxen sind ja bei vielen Spielen, bei vielen Rollenspielen und die sollen halt dabei helfen, dass man erstmal schnell loslegen kann. So die ersten Grundregeln, ein paar Spielmaterialien. Ja, hier sieht man auch, viel ist ja nicht drin, aber das ist wie gesagt nicht ungewöhnlich. Und man hat ja später die Möglichkeit, dann auch die Dinge einfach reinzupacken. Zusätzliches Material, das man bekommt, was hier durch jetzt auch nicht ungewöhnlich ist. Dann schauen wir mal in das Material, die in der Starterbox drin ist. Und dann haben wir auch erst mal die Würfel, dann haben wir die weg. Das sind halt, ja, sechsseitige Würfel sozusagen, die jetzt ein Sondersymbol auf der 6 haben und die dann halt für Proben etc. benutzt werden. Dann haben wir hier die Regeln. Und dann schauen wir mal rein. Ich finde natürlich bei Tales from the Loop auch sehr schön, diese Illustrationen sind einfach toll. Die machen einfach so viel Stimmung. Man sieht halt immer so diese etwas karge nordische, schwedische Landschaft. Und dann die Kinder und dann, wie das 18 Jahre Flair mit den Autos und so weiter, BMX-Rad und dann halt diese Roboter, die dann da rum marschieren. So, dann wird erklärt, wie das Rollenspiel grundsätzlich funktioniert. Das ist ja in der Regel immer so, dass man halt schauen muss, wie das jetzt hier funktioniert. Man muss ja davon ausgehen, dass eine Starterbox wird von jemanden gekauft, der noch nicht Rollenspiel gespielt hat. Es ist auch so, dass hier die Tales from the Loop, das Rollenspiel sowohl in Schweden als auch in einer Kleinstadt in Boulder City in Nevada gespielt werden kann. Also man muss es nicht zwangsläufig in Schweden spielen. Dann die Kinder und da geht es schon dann auch in Regeln direkt rein. Wir haben die Attribute der Kinder. Das heißt, welche Attribute die haben, wie man das halt vom Rollenspiel so kennt. Da hat jeder einen Charakter, der hat bestimmte Attribute und Fähigkeiten. Hier haben wir dann gewisse Zustände oder Effekte, Charme, auch bestimmte weitere Möglichkeiten, wahrscheinlich Fähigkeiten, die hier alle erklärt werden. Und das war es schon. Ja, schauen wir mal, was noch so drin ist. Dann haben wir hier eine Karte. Wir haben jetzt einen hier die schwedische Karte für The Loop. Wir haben halt hier das Gebiet. Das ist auch die Karte, die im Brettspiel, Tales from the Loop verwendet wird, wo wir dann reisen können. Ja, hier sieht man auch, wo die Beschleunier-Tunnel sind und diese verschiedenen Beschleuniger und welche Effekte die gegebenenfalls dort in diesen Bereichen auch haben. Und dann haben wir auch noch, nehme ich mal an, genau die, ja, diese Stadt, in der wir im USA spielen können, Boulder City. Da gibt es halt auch einen Loop. Und hier können wir halt, der Beschleuniger sieht man hier. Und das ist halt die Welt. Und wir haben uns hier bewegen können. Und wir haben auch die Stadt noch ein bisschen ausführlicher. Ist halt ein bisschen größere Stadt, als jetzt in Schweden das spielen würde. Aber ja. So, dann haben wir hier ein Abenteuer, was dabei ist. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich groß reinschauen sollte. Ja, dann haben wir vorgefertigte Kinder. Also Charaktere, die wir spielen können. Fünf Stück insgesamt. Beim Rollenspiel ist immer einer der Spielleiter. Und dann die anderen sind die Spieler, die Charaktere verkörpern. Dann haben wir die Maria. Ja, dann sieht man hier mal so einen Bogen. Das sind halt vorgefertigte Charaktere. Man kann es dann sicherlich wahrscheinlich auch noch runterladen. Charaktere, beziehungsweise dann, es gibt ja auch das dicke Regelbuch. Und auch Erweiterungen gibt es schon. Erweiterungsbücher, wo dann halt die Regeln natürlich viel ausführlicher beschrieben sind. Noch mehr Möglichkeiten, die man wahrscheinlich hat. Hier hat man sogenannte Archetypen. Wobei das jetzt in diesem Spiel keine Archetypen sind. Das sind dann ein Fantasy-Spiel. Kämpfer, Magier, etc. Hier sind es halt Kinder aus der Zeit, aus den 80ern. Die halt bestimmte Dinge gut können, bestimmte Dinge nicht so gut können. Die Maria ist zum Beispiel der Archetyp. Gut, die schon da, Klassenliebling. Ein paar Motivationen stehen schon alles da. Das würde man normalerweise als selber eintragen. Dann die Beziehungen zu den verschiedenen Charakteren. Auch zum NSC. Von diesem Abenteuer sicherlich. Dann haben wir einen ikonischen Gegenstand, den wir benutzen können. Wir haben andere Gegenstände, die wir auch mal finden und benutzen können. Wir haben hier verschiedene Fertigkeiten, wo wir schon Werte haben. Das unterscheidet sich dann natürlich von Charakter zu Charakter. Ja, also Herz hat sie in 5. Der Tim hat 4. Beim Körper hat sie 3. Tim 1. Dafür ist er eher so der Techniktyp. Da hat er 3. Und Maria nur 1. Was haben wir noch hier so? Wir haben hier Anführen, Charme, Kontakt. Ist gut, die Maria. Hat sie überhaupt Werte? Da hat er gar keine Werte. Dafür hat er hier bei Schleichen, bei Eilenfüllen und Untersuchen, das dann Werte. Und da muss man halt dann, wenn man gemeinsam spielt und das Abenteuer versucht halt zu lösen, muss man dann halt immer auch die Charaktere möglichst nutzen und dann die, dass die was machen, die halt was Bestimmtes Gutes können. Wenn man das untersuchen will, wird man jetzt wahrscheinlich nicht Maria das machen lassen, sondern eher den Tim. Okay. Also es ist wirklich so ein totales Einsteiger-Paket, wo wir da wirklich nur die nötigsten Regeln drin haben. Ein erstes kleines Abenteuer und die fertigen Charaktere. Und wer dann mehr spielen möchte from Tales from the Loop, der holt sich dann halt das Regelbuch, wo dann eine Menge mehr dabei ist. Ja, das war mein kleines Unboxing von Tales from the Loop. Das Starter-Set. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst unter dem Video, ob ihr generell Rollenspiele mögt und ob ihr von Tales from the Loop schon mal was gehört habt. Ob ihr da vielleicht auch schon Rollenspielerfahrung gesammelt habt. Da könnt ihr gerne mir erzählen, wie das war. Ja, und ansonsten werde ich sicherlich in Zukunft da mal berichten über meine Erfahrungen hier im Kanal, den ihr natürlich dann gerne abonnieren könnt. Das würde mich sehr freuen. Und auch auf abenteuer-brettspiele.de findet ihr eine Menge über Brettspiele, aber in Zukunft eben auch mehr noch über Rollenspiele. Das war's für heute. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.